hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zum mittlerweile sechsten vlog und da wir noch oktober haben habe ich euch zum glück nicht zu viel versprochen auf meinem dwindart kanal gibt es endlich mal was neues zumindest ein cover davon aber eins nach dem anderen jetzt kommen wir aber zu den themen dieses vlogs erstens neue formate ab dem 11.11 aber nicht um 11 11 sondern immer nach 20 uhr wir sind ja nicht beim karneval hier zweitens lenke ich euch über eine neue internetseite ab die ich kürzlich entdeckt habe die ihr unbedingt besuchen solltet und drittens die programmplanung vor und nach der reform warum sage ich bewusst reform weil das alte konzept die ich in meinen videos halt eingeplant habe dies irgendwie nicht mehr ganz zeitgemäß das sehe ich sofort in den städte singen bei mir auf der seite deswegen habe ich kurzfristig so gehandelt und die ideen zu neuen formaten die ich euch jetzt vorstellen werde die sind natürlich ganz spontan entstanden beziehungsweise lagen schon lange unter meinem schreibtisch zumindest in der schublade sehr so tief denke ich aber nicht so tief dass sie auf dem boden blieben meine güte wäre ich auch doof wenn ich das wirklich gemacht hätte schublade ist besser weil da sind sie wenigstens nicht schmutzig wenn ich sie rausholen aber genug davon kommen wir aber zu den neuen formaten montags gibt es statt den nachgedanken die ich ja immer noch mache weil das buch zu georg toll nissens autismus verstehen habe ich noch nicht ganz durch mit der leseprobe aber wenn ich damit durch bin wird dieses format ebenfalls aktiv sein und zwar wird es den titel bekommen blausches buch ja komischer titel ich weiß inspiriert wurde der name von der blausche ideologie die ich oft genug in meinen zeichnungen und auch in den videos halt angesprochen habe und beim format blausches buch welches künftig montags eingesetzt wird falls meine videos zu kurz werden stelle ich euch natürlich eigenständig als eigenständiges video wohlgemerkt die neuesten bücher zum thema autismus vor auch die bücher die schon ewig rausgekommen sind sprich mein ältestes buch von dr hartmut r p janetzke den ich damals ganz persönlich kannte auch die bücher die ich natürlich bei den nachgedanken schon vorgestellt habe stelle ich euch dann als eigenständiges video noch mal vor dies war aber in einem ganzen video und ich so zerstückelt wie in den verschiedenen actions sicher davor schon produziert habe aber jetzt kommen wir wieder zu dienstags welches dem titel blausche natur und wissenschaft geht was ich davon halten soll es geht in diesen videos über natur und wissenschaft aber in den reactions habe ich ja schon viel zu viel über natur und wissenschaft präsentiert warum nicht gleich als eigenständiges format aber jetzt kommen wir zu einem format welches mittwochs erscheinen sollte und natürlich gegen die tako pissen speziell gerichtet ist nämlich dem kanal autismus magazin und da wird richtig gegen die tako pissen geschossen und ich habe euch gesagt zu den tako pissen gibt es bald mehr videos von wie sie so leben also die dinge die wir wahren menschen real life gar nicht machen würden und jetzt kommen wir zu donnerstags blausche betrieb und gewerkschaft ja auch da ist auch die inspiration für die blausche ideologie auch drin und da erzähle ich meistens über menschen im autismus spektrum in der arbeitswelt und natürlich mache ich euch ja immer mut immer auf den ersten arbeitsmarkt zu gehen statt immer nur in der zweiten auch wenn der zweite arbeitsmarkt als geschützter arbeitsmarkt gilt bzw geschützte arbeitsplätze ich meine da würde ich mich nicht in die irre füllen lassen wenn es um geschützte arbeitsplätze geht welche arbeitsplätze sind überhaupt geschützt es gibt ja auch keine geschützten berufsgruppen aber ok kommen wir zum nächsten format die ich euch vorstellen werde und das betrifft vor allem die frauen im autismus spektrum beziehungsweise auch die mädchen im autismus spektrum die ich ganz schlicht und einfach autism girls hier benannt habe abgeleitet von rudy simoni asperg girls und da asperg girls zum einhälfte abgeleitet von hans asperger genutzt wurde weil asperg ist zwar auch ein ort in baden württemberg aber in bezug auf autismus wissen wir doch alle von wem das abgeleitet ist von hans asperger höchstpersönlich und mit hans asperger wollen wir eigentlich nichts mehr zu tun haben nachdem rausgekommen war was hat als asperger so in der ns-zeit zugetrieben hat und jetzt kommen wir zum sechsten und letzten formate ich euch vorstellen werde und zwar die nachrichtensendung bürgersteig tv und bürgersteig tv kann man auch abkürzen im b punkt tv aber ja da habe ich mich auch inspirieren lassen von diesem namen einem sender ebenfalls aus baden württemberg welches man spätestens nach der übernahme von thomas gehornauer längst kennt aber der sender war auch davor schon bekannt besonders wegen martin schmid astrophon und so weiter kennt sicherlich keiner mehr von euch oder aber jetzt kommen wir zu einer seite den ihr auf jeden fall kennenlernen werdet nämlich www.autismus support.de und auf dieser internetseite werden wir begrüßt mit einem kleinen überblick über die angebote die svenja diederichs so anbietet wie zb sie bietet verschiedene service leistungen zu den themen autism mobbing prävention und selbst behauptungstraining an sei es online telefonisch schriftlich und im hamburger raum auch in präsenz wie zb hilfe für autisten du möchtest deinen autismus und die menschen in deinem umfeld besser verstehen dein angebot bringt dich immer wieder an grenzen und in erklärungsnot du wünschst dir unterstützung von jemandem der dich versteht oder auch hilfe für kinder im autismus spektrum und ihre eltern dein kind im autismus spektrum wird gemobbt findet kaum kontakt zu anderen ist extrem unglücklich und wird vom umfeld nicht verstanden und oder fällt sich auf eine art die dir selbst unverständlich ist und dich an deine grenzen bringt mobbing und konflikte in schule und kita die vorschüler bzw schüler deiner klasse oder kita gruppe verhalten sich respektlos streiten sich viel ärgern einander haben es auf ein spezielles kind regelrecht abgesehen oder kommt wegen jeder kleinigkeit zu euch autisten in schulklassen und gruppen du hast ein kind im autismus spektrum in der gruppe oder klasse das war nett behandelt wird aber irgendwas läuft der noch nicht rund es tats aus der reihe stört die abläufe wirkt ungehorsam und oder fühlt sich extrem unwohl oder menschen im autismus spektrum als kollegen und mitarbeiter du fragst dich ob es lohnenswert wäre menschen im autismus spektrum in deinem betrieb zu beschäftigen oder du beschäftigst bereits menschen im autismus spektrum in deinem betrieb aber es kommt dabei zu unstimmigkeiten menschen im autismus spektrum im privaten umfeld dein erwachsenes kind dein ehepartner oder jemand anderes in deinem verwandten freundes oder bekanntkreis ist im autismus spektrum und es kommt hierbei immer wieder zu unschönen situationen oder du machst dir sorgen um die person fachwissen über autismus erweitern du möchtest dich privat über autismus fortbilden zum beispiel um dieses wissen in deine berufliche arbeit mit menschen im autismus spektrum einfließen lassen zu können damit du menschen im autismus spektrum besser verstehen und unterstützen kannst und fachvorträge zum thema autismus du planst eine fachveranstaltung und suchst hierfür eine rednerin zum thema autismus oder zu bestimmten aspekten dieses vielfältigen thema wenn etwas von dem genannten oder ähnliches auf dich zutrifft bist du bei mir richtig und genau das bietet sie an erstens beratung und coaching für erwachsene menschen im autismus spektrum sei es online telefonisch oder wunsch auch schriftlich zweitens beratung coaching und unterstützung für kinder und jugendliche im autismus spektrum und deren eltern sei es im als auch außerhalb des autismus spektrums vorwiegend online oder telefonisch und unterstützung im schriftverkehr mit schulen und behörden drittens fortbildung und beratung für kitas schulen und pädagogische einrichtungen zum thema autismus und zu ähnlichen neuronalen besonderheiten sei es online oder präsenz im großraum hamburg viertens trainingskurse für kita kinder und schulkinder zum thema mobbing selbstbehauptung und resilienz in präsenz im großraum hamburg elemente davon lassen sich zudem auch in meine einzelnen coachings einfließen fünftens individualisierte autismus fortbildungen und beratungen für fachkräfte des hilfssektors wie zum beispiel für pädagogen pfleger therapeuten vorwiegend online sechstens fortbildung und beratungen für betriebe zum thema mitarbeiter im autismus spektrum und mit ähnlichen neuronalen besonderheiten sei es online oder präsenz im großraum hamburg und siebtens online seminare zu verschiedenen autismus themen online seminare zu denen sich jeder anmelden kann findest du auf der webseite ausgeschrieben möchtest du mehr erfahren dann verabrede dich gerne mit svenja dietrichs zu einem kostenlosen unverbindlichen vorgespräch unter dieser internetseite und nun kommen wir zu meinen formaten zurück und wie das programm zum 11 11 aussehen soll hier seht ihr natürlich als balken was aktuell bei kanalismus so los ist bzw seit frühestens 2021 so los ist also seit dem start und nun zeige ich euch was zum 11 11 passieren wird wie man sieht einen großen unterschied nicht wahr das reaktions natürlich auftauchen oder auch autist memorial ist soweit in ordnung und das reaktion 2 im anschluss auch kommt ebenfalls aber sollte es zu keiner reaktion 2 kommen aber ich denke weil sie wird auch kommen dass das sich natürlich nicht vermeiden gibt es natürlich eines dieser angesprochenen neuen formate und wie ich finde damit können wir uns doch alle anfreunden oder denn wir wollen ja schließlich nicht zu viele videos an einem tag machen meine güte wäre verrückt ihr wisst ja was ich meine aber sollte es zu letzteres kommen sprich autist memorial beiträge dann werden auf jeden fall keine reaktions wo und diese genannten formate hier auftauchen sondern einschließlich nur autist memorial beiträge hoffentlich nur ein pro tag denn was autist memorial eingeht das wisst ihr sicherlich alle da werden halt verstorbene menschen im autism spektrum gedacht und man hat ja nervlich immer nur pro tag einzugedenken und das war es auch schon hoffentlich gefällt euch diese neue reform falls ihr änderungswünsche habt könnt ihr es gerne in die kommentare schreiben ich würde mich sehr freuen wenn ihr auch like da lassen würde als auch den abo button mit der glocke zu aktivieren damit ihr kein weiteres video verpasst und ich würde mal sagen tschau meine lieben freunde